zum neunten nachzeitstag gratuliere ich auf diese weise ist ein playmobil brautpaar set ich weiß nicht genau wie es heißt es ist die nummer 42 98 dabei ist dieser bräutigen diese braut mit messer für in den rücken zum hauen und echte gardine für obenrum verschleierungsgefahr außerdem hier diese torte noch dabei interessant obendrauf die kleinen playmobil-figurchen kann man die erkennen macht nicht scharf genug dafür jetzt das waren vor neun jahren keine playmobil-figuren sondern princessin leia und hans olo